So kennen wir Andrea Berg normalerweise, sexy und perfekt gestylt auf der Bühne. Doch ab und an gibt uns die Sängerin auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen, zeigt sich auch mal völlig ungeschminkt. Doch private Bilder mit ihrem Mann Uli Färber sind eine echte Seltenheit. Zu Weihnachten macht die 53-Jährige eine kleine Ausnahme. Arm in Arm posiert das Paar, das seit 16 Jahren zusammen und seit 2007 verheiratet ist, vor dem geschmückten Christbaum. Der Unternehmer trägt einen eleganten Anzug. Seine Liebste hat sich für ein traditionelles Dirndl mit einer sexy Spitzenbluse entschieden. Doch vor allem ein Detail an Andreas' Outfit sticht hervor. Ihre XL-Brille. Dass sie eine Vorliebe für große Gläser hat, zeigt die Sängerin auf ihrem Social-Media-Account immer wieder. Dieses Modell scheint aber neu zu sein. Vielleicht ja ein Weihnachtsgeschenk, das sie hier ihren Followern präsentiert. Eines steht jedenfalls fest. Dieses Pärchenfoto ist etwas ganz Besonderes.